Was ich interessant finde, dass da der kleine junge Mann schon einen Waschbrettbauch hat. Bitteschön, junger Mann. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Das gehörte dem Großvater meiner Frau. Ausgeführt hat das Bild nach heutigen Erkenntnissen einer der Schüler von Raphael, nämlich Giulio Romano. Wie alt schätzt du das Gemälde? Das Gemälde muss um die 1800 entstanden sein. Dann sind wir bei Wunschpreis. 2000. Das inzwischen selbsthistorische Stück schätze ich aufgrund seiner guten Machart, Ausführung und Erhaltung auf 2700 bis 3000 Euro. 1000 Euro. 1500. 1600. Mein letztes Gebot ist 2000. 3000. Dann machen wir das ja gerne. Herzlichen Glückwunsch.